und wladimir wird aber jetzt allgemeingültige also spezifisch jetzt in dem fall allgemeingültige phrasen durchsprechen ich übersetze sie ihr stellt aber euch bei diesen phrasen individuell etwas vor was für euch gerade aktuell ist wir rufen den jiva strom ich rufe dich ursprüngliches licht mittechen jiva kommt zu mir aus den füßen lassen wir wurzeln sprissen verbinden uns mit mutter erde werden größer so groß dass die sonne sich langsam durch den kopf bis zu unserem solarplatz die haare öffnen sich dem grenzenlosen ozean des lichts wir beginnen die energie durch den kopf und die füße einzuatmen und atmen sie durch die handflächen aus zwischen unseren handflächen oder in unseren handflächen formen wie die gold und weiße kugel so groß wie ein basketball und dann noch größer und wir stellen uns jetzt die ganze gruppe die wir jetzt gemeinsam sind in diesem energie ball vor im inneren wir sehen uns selbst dort und alle die bekannten gesichter alle teilnehmer dieses kurses und wir füllen gleichzeitig diese kugel auf mit der gold und weißen energie und und stellen uns klar und deutlich vor dass jeder von uns geheilt wird und diejenigen die schon gesund sind werden zu höheren sportlichen leistungen fähig und die anderen die vielleicht ein physisches gebrechen oder leiden hatten oder eine krankheit befreien sich von der krankheit wir arbeiten eine gewisse zeitlang mit der gesundheit und behandeln die gesundheit einatmen durch kopf und fuß ohne ausatmen durch die handflächen und wir sehen es stellen es uns klar und deutlich vor dass wir die ganze gruppe als ganzes auffüllen und gleichzeitig fühlen alle teilnehmer der gruppe diese einheit diese energie kugel mit ihrer energie so füllt ihr jeden einzelnen auf auf und jeder einzelne füllt auch euch auf und stellt euch klar und deutlich auch innerhalb dieser kugel vor und es passieren deutliche spürbare physische veränderungen bei einigen ist die stimmung besser und der zustand besser die werden sportlicher und diejenigen die etwas heilen möchten etwas weg haben möchten an krankheiten die werden absolut gesund wir sehen diese bilder diese prozesse sehr klar und deutlich und jeder von uns setzt das auffüllende jiva auf diese kugel wir legen das zeichen kraft des himmels auf die kugel und verstärken den energiestrom maximal und stellen uns klar und deutlich vor dass die ganze gruppe eine geniesung erfährt jeder einzelne wird gesünder glücklicher und harmonischer sich besser fühlt für eine gewisse Zeit halten wir diese gemeinsame Vorstellung und die nächste Vorstellung unsere Partnerschaft also bei jedem von uns verbessern sich wer einen Partner sucht oder sich einen wünscht findet sich einen Partner der vollkommen harmonisch dann zu einem passt wer schon einen Partner hat bei dem verbessern sich die Beziehungen es ist mehr Harmonie mehr Verständnis einander gegenüber wer Kinder haben möchte ihr sieht dass ein Kind bereits geboren ist ihr freut euch über das Kind und wer sich einsam fühlt der stellt sich vor er bekommt einen größeren Freundeskreis lehrt neue Leute kennen mit denen ihr einen guten Umgang fliegen kann gute Beziehungen fliegen kann und wir stellen es klar und deutlich vor und spüren wie jeder einzelne sich mit dieser Harmonie der Beziehungen sich auffüllt und diese Ebene ausheilt das passiert ganz leicht und glücklich ohne jegliche Anstrengung und nach dieser allgemeinen Betrachtung und Vorstellung gehen wir individuell jeder auf sich selbst und stellt sich vor dass es bei jedem einzelnen von euch sich verbessert und lässt es zu dass ihr euch selbst sieht dass ihr glücklicher leichter seid fröhlicher sehr gut 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 und wir stellen jetzt noch mehr Zeit Wir verstärken jetzt unsere Gesundheit und zusätzlich die partnerschaftliche Seite. Einatmen, Kopf, Fuß holen, ausatmen durch die Handflächen. Und stellen uns klar und deutlich vor, dass der Level der Harmonie und der Gefühle sich bei jedem verbessert und verstärkt. Und wir sehen uns selbst klar und deutlich, dass bei jedem von uns die individuellen Fragen auflösen. Und klar und deutlich stellen wir uns vor, dass jeden Tag die Situation besser und besser wird. Und wir stellen uns klar und deutlich vor, dass dank unserer Gesundheit, dank unserer Fröhlichkeit, wir wie ein Magnet für den finanziellen Aspekt werden. Bei jedem von euch eröffnen sich neue Methoden, neue Varianten, finanzielle Mittel zu bekommen. Oder das, was ihr jetzt schon macht, bringt euch mehr Geld, ist effizienter, effektiver, macht euch noch mehr Freude. Und wir sehen, wie sich bei der ganzen Gruppe der finanzielle Strom verbessert, der finanzielle Wohlstand verbessert. Und bei jedem individuell auch. Also bei der ganzen Gruppe als solches und bei jedem individuell ebenfalls. Wir befinden uns alle in diesem Strom des Lichts, in diesem Energiefeld, wo diese Aspekte verbessert werden. Und wir sehen, dass ihr, weil ihr euren finanziellen Status verbessert, ihr möglich ist. Und wir sehen, dass ihr, weil ihr euren finanziellen Status verbessert, ihr möglich ist. Und wir sehen, dass ihr Möglichkeiten habt, ihr Ziele erreichen könnt, die für euch davor unmöglich schienen. Und wir sehen, dass ihr noch harmonischer und noch glücklicher seid. Ihr könnt euch vorstellen, dass so ganz kleine Ströme... Und wir sehen, dass ihr общий finanziell Potenzial in dieser Gruppe in dieser Gruppe in dieser Gruppe hineinströmt und bei jedem von uns dieser finanziellen Strom individuell verbessert und in der Gruppe als ganzes verbessert. Und wir bauen auch das Gefühl auf, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind, sondern wir haben unsere spirituellen Brüder und Schwestern, die sich uns stets und immer unterstützen können. Und wir sehen, dass wir diese Kugel von außen und legen die Pirunica drauf, das Alatir-Zeichen und füllen diese Kugel dann noch mit noch mehr Energie. Und wir sehen, dass wir die Kugel durch den Kopf und die Fußsohlen ausatmen, durch die Handflächen. Und wir sehen, dass wir alle Gruppenmitglieder harmonischer werden, reicher werden, gesünder, glücklicher werden. Und stellt euch klar und deutlich vor, dass jeder von uns auch den Schöpfer besser hört, besser wahrnehmen kann, die göttliche Welt besser wahrnehmen kann. Und deshalb macht jeder von uns die Tätigkeit, die ihm von Gott bestimmt und gegeben ist, die Tätigkeit, die ihn innerlich ausfügt und ihm Glück verleiht. Und indem man seinen göttlichen Weg geht, seine göttlichen Bestimmungen geht, seinen Dharma erfüllt, wird auch der materielle Status besser. Und die Verstärkung des materiellen Wohlstands gibt uns noch mehr Leichtigkeit und noch mehr Freude. Und ihr fühlt euch aus diesem Grund noch befreiter. Und ihr fühlt euch aus Seelen wahr, die über diesem körperlichen Überdemokraten sind. Wir fühlen uns unsere göttliche Natur, unsere göttliche Herkunft. Und wir sehen, dass jeder Gruppenmitglied in dieser goldenen-weißen Kugel auch selbst mit einem goldenen-weißen Licht zu leuchten beginnt. Und jeder Einzelne befindet sich in einem Zustand von Glück und Harmonie. Wir sehen dieses gemeinsame Glück und gleichzeitig sehen uns selbst, dass wir glücklich sind, dass wir unsere Ziele erreichen und wir bekommen dieses Gefühl von Glück und von Harmonie. Und wir sehen uns sehr, 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 sehr. Und wir sehen, dass bei uns auf der Ebene der Gesundheit, auf der Ebene der Beziehung, auf der Ebene der Finanzen alles harmonisch ist und im Einklang mit dem göttlichen ist. Und wir sehen, dass bei jedem in der Gruppe es klappt, die eigenen Ziele zu erreichen. Und alle sind glücklich. Und wir setzen von oben das Zeichen Pirunic und sagen, Jiva, unterstütze dieses Programm auf die einfachste und harmonischste Art und Weise. Wie für mich selbst, als auch für die ganze Gruppe in ihrer Einheit. So soll es sein. Ich danke dir ursprüngliches Licht, ich danke dir, Jiva Mütterchen. Ich danke dir.